NUTAN NUTAN Der Start erfolgt zu den 157. Enkelpreis der Dijana. Der Start erfolgt zu den 157. Enkelpreis der Dijana. Die neue Königin in Grafenberg. NUTAN Ito noch immer vorne. Prinsky-Waltar wird stärker. Aber Ito auf den letzten 200 Meter. Prinsky-Waltar wird immer stärker aus. Aber Ito ist vorne. Ito kennt den Prinsky-Waltar. Der kommt da nicht heran. Ito marschiert und marschiert nach Hause. Ito schafft es. Ito schlägt Prinsky-Waltar. Auf Wiedersehen.